Hallo und herzlich willkommen im Wald. Fällt euch was auf, wenn ich jetzt in der Gegend rumlaufe? Ich habe nämlich den Eindruck, dass das Bild weniger verwackelt ist, weil ich jetzt auch so einen bescheuerten Stock, den man glaube ich Selfie-Stick oder so ähnlich nennt, besitze und demzufolge jetzt viel besser in der Gegend rumlaufen kann, ohne dass das Bild mir gleich verwackelt und ich gleich auch so nah am Bild dran hänge und mein Arm alle 5 Minuten gefühlt abfällt, weil der dann taub geworden ist und das macht alles irgendwie jetzt viel schöner mit diesem Ding. Aber das nur am Rande. Denn das ist ja jetzt hier quasi also ein Update meiner Kameraausrüstung. Übrigens das allererste Mal, dass ich mir irgendwas Neues für die Kameraausrüstung gekauft habe, seit ich überhaupt angefangen habe mit YouTube und ich muss sagen, da bin ich jetzt eigentlich relativ positiv überrascht, weil das Bild wackelt nicht wie Schwein, wenn ich mich jetzt hier umdrehe und so weiter und so fort und ich kann mich wirklich einigermaßen auch auch gut aufs Laufen konzentrieren und bin trotzdem noch einigermaßen im Bild und überhaupt seht ihr mehr von der Landschaft. Theoretisch kann ich mich auch noch weiter weg machen. Seht ihr? Dann habt ihr noch mehr von der Landschaft, beziehungsweise vom Boden, je nachdem oder von da oder so. Und das Ganze wackelt einfach viel weniger, als wenn man das mit der Hand festhält. Warum da so ein langer Stock da jetzt irgendwie was hilft, habe ich keine Ahnung, aber es ist so. Wer sich mit Kameratechnik auskennt und das in den Kommentaren erklären möchte, darf das natürlich gerne tun. So, ja, also dieses Video ist einmal wieder ein Kanal-Update. Ich habe ja sowas schon mal gemacht und versuche mich jetzt eben am Zweiten und habe mir gedacht, dass ich das in Zukunft jetzt einigermaßen regelmäßig mache, wann immer es irgendwas Neues an meinem Kanal gibt, was vielleicht jemanden interessieren könnte. Das ist jetzt kein Aufwand für mich, also wirklich mini-minimalst. Und, ja, vielleicht interessiert es euch. Und zwar, da kommen dann so Dinge rein, wie wenn ich irgendwelches neues Kamera-Equipment habe, das haben wir ja jetzt schon geklärt gehabt, oder wenn ich irgendwelche unglaublich tollen neuen Ausrüstungsgegenstände entdeckt habe, die allein kein Video rechtfertigen und das wäre jetzt heute mal der Fall. Und zwar war ich im Dehner. Kennt ihr Dehner? Das ist so ein Gartengroßmarkt, so eine Art Baumarkt für den Garten. Also ich war nicht direkt im Baumarkt, sondern im Gartenmarkt und habe aber da entdeckt, ich weiß nicht, ob die was taugen, aber ich finde die schon mal sehr vielversprechend, diese tollen Wärmekissen. Und zwar hat der Sacki ja mal ein tolles Video gemacht, wo er in der Rettungsdecke übernachtet hat und sich zusätzlich mit diesen Dingern, also mit ähnlichen Dingern beklebt hat und dann doch für eine Rettungsdeckenübernachtung ganz angenehme Nacht hatte, bei ziemlich niedrigen Temperaturen. Und ich habe mir gedacht, das probiere ich auch mal aus. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich da jetzt unbedingt gleich eine ganze Nacht drin schlafen muss, in Rettungsdecke mit diesen Teilen. Ich habe da zwei von. Aber da ich ja ein Freund der Billigausrüstung bin, sind das eben absichtlich nicht die Dinger, die der Sacki empfohlen hat, die sind ja garantiert nachweislich gut, hat ja bei ihm prima funktioniert, sondern die Billigvariante, die ich halt eben aus dem Gartenmarkt habe und die kosten zwei Euro pro Stück. Und das ist meiner Meinung nach durchaus ein Preis, mit dem ich eher leben kann. Ich habe vergessen, wie viel die beim Sacki gekostet haben, aber die waren dann schon so teuer, in Anführungszeichen, dass sie für mich zu teuer gewesen sind. Und das hätte ich jetzt nicht ausgeben wollen. Und witzig an diesen Teilen finde ich jetzt noch, dass da nur Eisenpulver, Salz, Aktivkohle, Wasser und Wermikulit drin ist. Also die enthalten so gesehen keine Chemie, wobei alles Chemie ist. Jeder Stoff ist Chemie, denn Chemie ist die Lehre von den Stoffen, also so gesehen, auch eine Tomate enthält nur Chemie, wenn man es streng genommen betrachten möchte, auf diese Art und Weise, die ich hier jetzt gerade verwende. Aber das ist ja scheißegal. Aber um es mal einfach auszudrücken, hier ist eben Eisenpulver drin, das sollte selbsterklärend sein. Salz als Natrium und Chlor, weil da sind schon die beiden Bestandteile wichtig, Natrium, Chlorid, ne? Aktivkohle ist eine Substanz mit einer extrem reaktiven Oberfläche. Das heißt, die hat jede Menge chemische Austauscher an der Oberfläche dran, an denen sich ein anderes Salz dransetzen kann, als momentan dran sitzt. Und das ist auch Sinn und Zweck des Ganzen, vermute ich schwer. Das ist nur eine Theorie. Wer ein besserer Chemiker ist als ich, darf mich gerne eines Besseren belehren. Wasser wird noch drin sein, damit das Ganze überhaupt ablaufen kann, weil dazu braucht man eine gewisse Feuchtigkeit. Das funktioniert nicht in rein trockener Umgebung. Und Wärme-Kolit ist quasi die gleiche Funktion wie Holzkohle, äh, Aktivkohle. Aktivkohle ist übrigens meistens auch Holzkohle, aber muss nicht. Und Wärme-Kolit ist ein Gestein, beziehungsweise ein Mineral, das auch eben eine extrem hohe Kationenaustauschkapazität hat. Das soll heißen, äh, auch da können an der Oberfläche ganz einfach verschiedene Moleküle ausgetauscht werden. Und wenn jetzt an so einer Oberfläche ein Molekül dran sitzt, und das wird abgespalten, weil was anderes kommt und sich dran setzen möchte, ähm, ganz einfach ausgedrückt. Jedes Mal bei so einem Abspaltungsvorgang wird Energie frei. Und da das in diesem Päckchen hier wohl relativ häufig und auch über einen langen Zeitraum passiert, gehe ich mal davon aus, dass das die Art und Weise sein wird, wie dieses Teil wärmt, nämlich dadurch, dass da ständig irgendwelche Moleküle Ionen austauschen, ähm, und das eben Wärme erzeugt. Coole Sache, muss ich echt sagen, dass das auch auf so eine einfache Art und Weise funktioniert, weil in der Natur ist dieses Prinzip auch ganz, 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 ganz oft vertreten. Ich hätte jetzt bei so einem chemischen Produkt eigentlich eher vermutet, dass es da irgendwas wahnsinnig Kompliziertes, unglaublich Tolles als Prozess geben wird, aber das ist was ganz Normales für den Ökologen, der da gar nicht groß drüber nachdenkt und sich denkt, haja, das passiert im normalen Boden, hier hinter mir zum Beispiel, auch die ganze Zeit. Nur nicht ganz so viel und ganz so schnell, deshalb wird der Boden auch nicht ganz so heiß. Ja, dann wollte ich noch ganz herzlich Dankeschön sagen an den Fritz von End of the Comfort Zone, weil ich hatte ja festgestellt bei meinem Touren-Video, also die Männer im Wald-Tour, ich weiß nicht mehr, welcher Teil das war, ich glaube, es war der zweite, als wir am Frühstücksfeuer diskutiert haben über Outdoor-YouTuber im weitesten Sinne, da habe ich ja auch festgestellt, dass ich jetzt anfange, Hater zu haben und allgemein gar nicht so einfach ist, wie man jetzt damit umgehen soll und da bin ich jetzt besagtem Fritz extrem dankbar, also herzlichen Dank an dich, solltest du das sehen, für den entsprechenden Kommentar, der mir jetzt doch wirklich weitergeholfen hat. Ist irgendwie schön, wenn da ein erfahrenerer YouTuber als man selber ist, der auch nochmal einen ganzen Batzen mehr Abonnenten hat, einem mitteilt, Hater sind normal, also herzlichen Dank, das hat mir wirklich weitergeholfen. Insgesamt, ich habe noch so ein bisschen meine Probleme mit den Daumen runter, die zu verdauen, es gibt zwar auch immer mehr Daumen hoch und nicht jedes Video ist ein Meisterwerk, das weiß ich selber, aber ja, wenn es dann halt auch mal einen ganzen Haufen Daumen runter gibt, für die ich jetzt keine wahnsinnige Veranlassung sehe, weil, habe ich jetzt irgendwas unglaublich Dummes gesagt oder nicht, da fragt man sich dann halt doch eben, woran liegt es und ja, ist irgendwie blöd und naja, naja, da muss ich noch ein bisschen üben, wie ich damit klarkomme und eben deswegen hilft mir dieser Kommentar sehr. Also herzlichen Dank an den Fritz von End of the Comfort Zone. Dann möchte ich nochmal allen, die mit auf der Tour waren, also der Männer im Wald Tour, nochmal ein herzliches Dankeschön aussprechen dafür, dass ihr mitgekommen seid. Mir hat selber auch enorm viel Spaß gemacht. Ich habe das, glaube ich, so noch nicht allen von euch so ganz klipp und klar gesagt gehabt. Deshalb möchte ich das jetzt hier nochmal gerne nachholen auf diesem Wege. Also ich fand es auch wirklich super. War tolles Wochenende und das würde ich auch gerne in dieser Form nochmal wiederholen wollen. Aber mir spukt da ein kleiner Gedanke im Kopf rum, der mich da ein bisschen beeinflusst. Nämlich ursprünglich hatte ich vor, bevor ich euch kennengelernt habe und mitgekriegt habe, was für eine lustige Truppe wir gewesen sind, hatte ich ja eigentlich vor, dass die nächste Tour dann irgendwo im Norden stattfinden wird, damit die norddeutschen Zuschauer auch was davon, also von mir haben jetzt mal ganz arrogant ausgedrückt, einfach, dass ich da auch mal gewesen bin. Und daher, ja, ich bin jetzt ein bisschen hin und her gerissen. Also nochmal in der Ecke, dann könnten quasi nochmal ähnliche Leute oder die gleichen Leute mit. Je nachdem, wie es natürlich terminlich passt oder halt eben in den Norden. Und wahrscheinlich wird es trotzdem der Norden werden. Ich hoffe, das nehmt ihr mir dann nicht übel und könnt das nachvollziehen. Es war auf jeden Fall eine super, super Tour und irgendwann machen wir auch nochmal was in Richtung Pfalz oder sonst wie oder keine Ahnung, ist alles Zukunftsmusik. Wichtig war mir einfach nochmal ausdrücklich, herzlichen Dank, dass ihr mitgekommen seid und es war toll und hat mir viel Spaß gemacht. So, und ich glaube, das war das Wesentliche, was ich sagen wollte, bis auf eine Sache, das wollte ich nämlich jetzt auch in Zukunft immer so machen, wenn wir hier so ein tolles Kanal-Update-Gedöns machen, wenn ich irgendwas Neues in Richtung Ausrüstung habe, was jetzt meiner Meinung nach nicht gleich ein eigenes Video sein muss, irgendeine pfiffige Kleinigkeit, falls ich sowas habe und in diesem Fall habe ich sowas, dann wollte ich euch das bei dieser Gelegenheit auch zeigen. Und das ist in diesem Fall dieses Teil hier. Es sieht jetzt unscheinbar aus. Es ist eine komische Metallklemme an einem Karabiner mit einem Stückchen Stoff dazwischen, in Anführungszeichen. Hat jemand eine Idee, wozu das gut sein könnte, dann kann er es jetzt in die Kommentare schreiben, bevor ich es verrate, was ich jetzt sofort tue. Nämlich, da kann man eine PET-Flasche, der schwarze Inhalt ist nur, weil das Wasser lange gestanden hat. Und ich trinke grundsätzlich nur Wasser. Niemals irgendwelche schwarzen Getränke. Niemals. Wie dem auch sei, man kann an dieses Teil eine PET-Flasche dranklippen, mit diesem Clip eben, und sich diese PET-Flasche dann an den Rucksack, an die Hose oder an irgendeinem anderen Dingens, was auch immer, dranhängen oder von mir aus auch an den nächsten Baum, an den nächsten Ast. Alles ganz Wurst. Dieses Ding ist wie derjenige, der ihn mir geschenkt hat, der Ingo, der vermutlich einen Kommentar dazu hinterlassen wird, so wie ich ihn kenne, schon darauf hingewiesen hat, handelt es sich um China-Scheiß. Entsprechend ist die Verarbeitung jetzt nicht unbedingt, keine Ahnung, Modell Mammut Hilleberg oder irgendeine andere große Outdoor-Firma, die für tolle Qualität bekannt ist. Soll heißen, wahrscheinlich werde ich jetzt dieses Stückchen Stoff irgendwann mal noch ein bisschen mit Nadel und Faden bearbeiten, damit das noch ein wenig stabiler wird oder mir einfach ein anderes Stückchen Stoff dranhängen. Und dieser Karabiner ist jetzt auch nicht die Mutter der Stabilität. Da werde ich mir vielleicht auch noch einen anderen dranhängen, aber genau so hat es mir der Ingo auch gesagt und ich hoffe, er ist jetzt nicht beleidigt, wenn ich beschließe, das so zu tun. Aber ich freue mich wirklich extrem über dieses Teil, finde das richtig, richtig pfiffig und habe das, seit ich es besitze, quasi immer an der Hose, seitdem es ist die Anzugshose oder sowas in der Richtung, dann natürlich nicht, aber an der normalen Alltagshose hängt das Teil jetzt immer dran. Bin ich sehr begeistert von. Ingo, wenn du möchtest und falls du das siehst, ich gehe fast davon aus, wäre es super, wenn du vielleicht noch eventuell darauf hinweist, wo du das her hast, falls das noch jemand anders haben möchte, sofern du irgendwie verraten kannst, wo du das her hast. Das war wohl irgendwie ja scheinbar eine Sammelbestellung, wenn du möchtest. Gut, aber mehr fällt mir jetzt zum Thema Kanal-Update eigentlich nicht mehr ein. Kleine Vorschau noch, was ich in nächster Zeit vorhabe. Nächster Baum wird wahrscheinlich die Schwarzerle. Da hinten stehen nämlich ein paar, die mich jetzt irgendwie gerade so ein bisschen... Da hätte ich jetzt Lust drauf. Mache ich heute nicht mehr, aber vielleicht noch diese Woche. Das seht ihr dann ja ohnehin. Kommt ja alles gesammelt online. Und was habe ich noch vor? Ich wollte diese Teile dann irgendwann demnächst mal ausprobieren. In wissenschaftlicher Sicht wollte ich euch noch mal ein bisschen erzählen, warum die Bäume im Herbst eigentlich bunt werden. In etwas ausführlicherer Form, kennt ihr ja von mir. Und was hatte ich dann noch für nächste Zeit auf dem Plan? Weiß ich gerade nicht, aber macht nichts. Das Opinel-Video, die Opinel-Trilogie, da kommt jetzt noch dann ein Teil mit ein bisschen Opinel-Modding. So ganz leichte Sachen, jetzt nichts Außergewöhnliches. Und im Winter wollte ich eigentlich noch eine Survival-Tour in den Alpen machen. Also wirklich mit so ein bisschen, also so gerade ein Tag mal rein in den Schnee ohne entsprechende Ausrüstung. Das ist ja gerade das Lustige. Halt eben nur mit Standard-Klamotten ein bisschen wärmer angezogen, weil halt Winter ist. Und mit Bergstiefeln war das anderes lebensmüde. Und dann wollte ich mal gucken, wie ich mich da so durchschlage. Ich habe sowas schon mal zwangsweise machen müssen mit einer meiner Ex-Freundin, die mir da halber verschwunden ist im Schnee und halber erfroren ist. Das war ganz spannend. Ich hätte es lustig gefunden, wenn ich mir nicht die ganze Zeit um sie hätte Sorgen machen müssen. Deshalb machen wir das jetzt nochmal und zwar alleine ohne irgendjemand, um den ich mir Sorgen machen muss. Deutsch kaputt, sorry. Das wird bestimmt lustig. Bin ich mal gespannt, wie das wird und ob ich da irgendwie lebend wieder rauskomme. Wenn nicht, dann gibt es da nie ein Video zu. Oder die Speicherkarte wird irgendwann mal bei meiner gefrorenen Leiche gefunden. Das wäre ja auch ganz spannend. Hätte dann bestimmt viele Aufrufe. Gut, also das sind so meine Pläne und damit ist dieses Video jetzt dann auch fertig. Wünsche ich euch einen schönen Abend und drehe noch zwei, drei Kleinigkeiten anderer Art. Macht's gut!